Hallo und herzlich willkommen zurück zu Bears Gaming. Ich bin immer noch Barney und wir sind angekommen bei Part 7 des Let's Play Limbo. Wir waren stehen geblieben hier bei diesem Leiterwagen mit Stromuntergrund. So, das weiß ich noch, denn ich habe gerade schon 5 Minuten gespielt und dann ist mir die Aufnahme abgeschmiert. Das ist dumm so. Ich muss das irgendwie anders machen. Mir reicht es immer nie hier rüber. Warum reicht es mir nie da drüber? Irgendwas mache ich falsch. Irgendwas mache ich falsch. Ja! Ja, so, und jetzt? Oh, die Scheiße, okay. Zumindest war das das, was funktioniert hat. Das war jetzt aber gerade mehr Zufall, als dass ich davon irgendwie eine Ahnung gehabt hätte. Wow, ich habe sogar viel Zeit zu überlegen. Wahrscheinlich muss ich jetzt erstmal hier abspringen, oder? Das Mistding rollt ja weiter. Das Mistding rollt wieder zurück. Ich kann ja nie in der Zeit darüber rennen. Das schaffe ich ja nie. Never. Never ever. Das ist ja, das ist ja ewig weit. Vielleicht habe ich eine Idee. Vielleicht habe ich eine Idee. Vielleicht reicht es doch ganz knapp. Ich weiß es aber nicht. Nein, nein. Ah. Ah. Okay, die Idee hatte ich nicht. Aber... Ach du Scheiße. Man sieht so viel. Tolle Wurst. Ganz toll. Ich sehe einfach gar nichts. Eine Leiter. Da kann ich rüber springen. Shit, ey. Okay. Dann mal raus hier. Alles nicht so witzig. Alles nicht so witzig. Und jetzt? Und jetzt? Und jetzt? Und jetzt? Ach komm! Nö! Ich hoffe ich muss nicht jetzt... Ach Nö! Das ist schon mies gemacht, dass man da einfach gar nichts sieht Eppah! Nur die Augen von unserem Kumpel hier Eppah! So! Ich glaub das war... So haben sie sich das gedacht Aha! Okay! 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 Das dauert immer einen Moment Bis das dann schießt Wie ist das? Nee, das hört nicht auf dann Weil das schießt ja bis nach da hinten So schnell kann ich ja gar nicht laufen, oder? Also, nee... Also das ist nicht... Kann ich das Ding mitnehmen? Kann ich da runter? Eher nicht so! Er guckt hoch Ich vermute... Vielleicht kann man mit dem... Ersten... Laser... Den zweiten... Kaputt machen Aber wie? Man hat hier ja nichts... Hat hier ja nichts... Ah! Ah! Der bewegt sich dann! Halt! Bleib doch! Halt! Bleib doch! Du bist doch ein Scheißlaser! Komm her! Da können Wobei! Ja, wobei! Es wird dann warm voucher May Zwei Kisten und ein Schalter. Okay, was wäre der nächste Clou? Na, ich glaube, ich weiß es, aber ich garantiere für nichts, ach nee, okay, nee, ich weiß es nicht. Nein, nein, komm mal her, komm mal her. Irgendwie muss ich ja wieder da hochkommen. Dazu brauche ich ja eine so eine Kiste. Aber wenn die gleich wegfliegt, ist ja blöd. Das geht auch ziemlich schnell. Ich brauche auf jeden Fall hier eine Kiste, dass ich hier an die Leiter hochkomme. Also muss irgendwie die Kiste... Check ich jetzt gerade gar nicht. Ah, doch, jetzt check ich's. Jetzt check ich's. Jetzt check ich's, glaube ich. Glaub ich! Und jetzt schnell! Na! Ich glaube, die Richtung müsste es gehen. Fuck you dermaßen. Was war das denn jetzt? Das ist nichts. Das war doch jetzt schon wieder dumm von mir. Ach, scheiß doch, die Wand an! Muss ich sein! ... ... ... ... Leck mich am Arsch. Jetzt weiß ich's. Jetzt weiß ich's. Die rutscht 100 pro jetzt hier runter. Aaaaaaah. Jawoll. So wollen wir das. So wollen wir das. Sehr gut. Jawoll. Okay. Ja, was will ich jetzt hier unten wieder? Hä? Was möchte ich jetzt? Ah, ich glaube, ich weiß, was ich hier unten will. Ich glaube, ich weiß, was ich hier unten will. Das zieht's dann nämlich bestimmt auch mit hoch wieder. Nein. Okay. Da geht auf jeden Fall dieses Tor auf, aber wie krieg ich da... Wie krieg ich da eine Kiste hoch? Oder ist die Kiste da hochgeflogen gerade? Und ich hab's nur nicht gesehen. Hm. Wir werden sehen. Nicht hüpfen. Ja, die Kiste ist da oben. Schnell. Ja. Ja, gut. Aber das heißt ja im Klartext, die fliegt ja hier auch wieder hoch dann. Die Kiste. Ah, ich glaube, ich verstehe. Ich muss vor der Kiste schon da hängen. Oh, was war das für ein eleganter Move? Ich muss vor der Kiste schon an der Plattform hängen. Ich muss jetzt eben mega schnell sein einfach. Renn! 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 Oh Mann! N賭! Warum bist du nicht ges- Nein! Wann! Warum bist du dann nicht gesprungen? Oah! Ach nö. Ach Leute, wisst ihr. Also ich bin ja auf dem richtigen Weg, aber muss ich mich gerade verarschen. Sorry, Leute. Aber vielleicht seid ihr jetzt wieder wach. Wie ist die da hin und her haut? Was macht es denn? Es verdirbt sie. Schneller. Schneller. Warum der dann auch immer gleich sterben muss? Mein Gott. Ich würde sagen, an dem an der an der Stelle beende ich das Let's Play, wollte ich sagen. Und ob ich das im nächsten Part schaffe? Schaut wieder rein. Ich würde es freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, ja, wir sehen uns beim nächsten Part wieder. Bis dahin macht es gut. Euer Barney. Haut rein. Ciao. iv Kõige. Vielen Dank.